Friends, ich zeige euch heute, wie ihr das neugierige Mausrätsel lösen könnt. Was ihr als erstes machen müsst, ist hier auf die Map zu gehen. Der Rest ist eigentlich relativ leicht, also ihr müsst hier nur die Fackeln in der richtigen Reihenfolge anzünden. Das wäre erstmal das Haus, dann der Brunnen, das Kamel, die Flasche, der Vogel und das Pferd. So, damit habt ihr es auch schon. Also ihr müsst hier nicht mal zur Tür reingehen, aber ich mache das mal einfach. Dann habt ihr das Ganze fertig. Dann habt ihr das Ganze fertig.